RTL-Star Frauke Ludowig, 58, ist ein Profi vor der Kamera. Dass auch ihre Tochter Nele, 19, das Zeug für eine Karriere vor der Linse hat, haben die beiden Frauen jetzt bei einem Event in Frankfurt unter Beweis gestellt. Dass Nele ihrer Mama immer ähnlicher wird, liegt nicht nur optisch auf der Hand. Denn die 19-Jährige gibt sich vor den Kameras schon genauso natürlich wie ihre Mutter und scheint sich sichtlich wohl zu fühlen. Neben des Event-Stand an dem Tag noch ein weiteres Highlight an, wie Frauke erzählt, der Geburtstag von Nele. Im Video oben zeigen wir euch die Aufnahmen des fulminanten Mutter-Tochter-Duos in Frankfurt. Frauke Ludowigs Tochter, ganz die Mama. Nele sieht ihrer Mama nicht nur sehr ähnlich, sondern will auch beruflich in deren Fußstapfen treten. In diesem Jahr hat sie ihr Abitur bestanden und wird ab Oktober in Köln Journalismus studieren. Auch als Model war sie schon tätig, ganz die Mama also. Ihren Papa Kai, 60, musste sie von diesem Nebenjob zwar zunächst noch überzeugen, aber schließlich stimmte er doch zu. Eigentlich hätte er es ja ahnen können. So glücklich, wie seine Frau mit ihrem Job vor der Kamera zu sein scheint, ist es kein Wunder, dass Nele ihr nacheifert.